und ja und herzlich kommt zurück zu einem Wort vor Gemeinschaft Megacraft und im Hintergrund laufgab Spotify Werbung ja da ich leider Spotify Prozent noch kein Spotify Premium ab ja wer braucht das schon aber ein Gatter Schlager direkt unter mir um sollten nicht ey schreibt jetzt in die Kommentare soll Nico in Lava sterben das ist behindert komm das sollen die Zuschauer sagen E.T. ist ein kleiner Piep oh mein Gott, über die Auspiepste Alter ich hab so riesen Lava-Serie und jetzt hat er mich auch noch gekickt ich könnte auch End of Stream hinschreiben jetzt bin ich schon wieder nicht weitlist oder was ach stimmt weil du OP hattest kommst du nicht drauf ja soll ich dir noch was sagen? die White List ist doch doch nicht mal an stimmt muss mal sein die White List ist ernsthaft dich an du Dett was machst du an? komm jetzt auf den Server ich hab grad die Server IP gezeigt die IP ist 192 168 2.21 hast du grad mitbekommen gleich die Server IP genannt hab? ja aber Nico das Problem haben wir doch immer nur bei dir dass du da äh dass es bei dir nicht klappt das Server ist halt komisch hä warum? das war letztes Mal auch ein anderer Server und da ging das auch nicht und das ist erst seitdem du dich umbenannt hast Minecraft will wieder mal nicht kommst du nicht drauf? äh doch aber Mojang will uns verarschen ja die ficken dich AMK ich hab das grad laut gesagt oder? ja mal wieder das müssen wir auspiepen nein mach ich nicht da kriegst du nur nen Strike genau was ich hab immerhin schon 5 Strikes und mein Kanal lebt immer noch und was haltet ihr von der Idee? Soll ich morgen mal ein Porno hochladen? ja mach schreibt's in die Kommentare wenn ja schreibt Hashtag Level 18 Nackt 10 nein nein schreibt wenn ihr's wollt Hashtag Porno in die Kommentare ich werd's doch garantiert nicht machen doch werd ich auch der ist krank hast du nur noch Fackeln? ja wie viele? 24 ich kann aber mehr machen weil ich cool bin ja die Kohle braucht musst du mir aber noch geben ein bisschen genau Fackeln und hohe Kohle ist das gleiche ich brauch aber unbedingt äh nur Kohle also normale Kohle hey hier äh über dir ist auch noch Copper und unter dir geil ich bau mich immer genau richtig raus ähm Nico? ja ähm wehe du schießt mir jetzt ab mit nem Pfeil ich sag dich fick deine Mutter hab ich noch was zum werfen? nein schade ich hab Eier scheiße scheiße oh mein Gott du bist so am Arsch Junge ich bin grad mit allem gestorben so am Arsch ich bin grad mit allem gestorben mit allem ich hatte Dias cool und guck mal wo ich bin ist DP das nicht noch oder was? ja schreib in die Kommentare wenn Eti scheiße ist Hashtag Eti ist scheiße und wisst ihr was ich jetzt mach? guck mal Nico ja genau wow ein Butterbrotpilot komm 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 der war jetzt gut der war scheiße weil Eti öffentlich cheatet sowas gehört in der Folge so ich geht's einfach wieder so ich hab auf meinem Viewpoint und Kanal vorbei ich geh jetzt wieder tschüss nico nico bitte bleib hier tschüss nico nico ich war der der gesagt hat ja du gehst nicht in den Knast ich bin aber schon hinter meiner Höhle angekommen und brate Sachen ist so cool ja nico dann nicht tschüss viel Spaß im Knast ich kann auch wieder zu dir kommen ich muss das Zeug braten ich mach sofort fackeln so mal im Fackeln hin was ist das denn? ich hab Quartz Crystals gefunden die hast du mir im E-System ich hab 6 Earth Shards 2 Water Shards äh nico? ja könntest du mal eben zu mir kommen? gleich ich muss noch schnell die Kiste abbauen da hab ich noch ne zweite dran ich baue hier gleich ab du musst nur äh auf dem Boden die Sachen auffangen klar mach ich so und diesmal fall ich hier nicht runter weißt du warum ich runtergefallen bin? ich bin gehüpft ah ach eine Frage kennst das Lied? ja woher? keine Ahnung Debitor Livestream ja daher kenn ich's und das darf ich sogar äh zeigen weil das ja Non Copyright ist ja und deswegen darf ich das ja auch abspielen und jetzt könnt ihr nicht ah jetzt weiß ich woher äh das kam doch hab ich auch bei der letzten weiß nicht bei der letzten Folge für Texturio wo da bisschen Bewerbung gemacht hat nein das ist Livestream Info so nico äh du gehst runter bitte aufm Boden okay ich bin aufm Boden liegt nein unten weil ich werf gleich von oben die Sachen fallen gleich so halbwegs runter wo soll ich landen? so hier unter mir genau am besten ich sterb dann nicht als Rundespringen ja tu's doch ich leb noch ja du bist auch ein weniger runter gesprungen als ich meinte hier ähm die Sachen die da jetzt runterfallen die sollst du gleich einsammeln machst du schon? ich bin hier unten am Summeln da wirst mich ja vom Regen stehen komm ich bin ja auch im Regen boah ich wär grad fast wieder runter gesprungen aus der See echt? ich hätte dich sogar aufgefangen mit dem Schwert ich hätt's doch gestreckt und du wärst voll reingerammt nico ich hab nen Portalgun pass auf ist nachts zum Glück nicht boah soll ich eben Nacht machen? ja dann mach das ruhig saug dir unter der Höhle aus wenn du mich killst dann bist du schuld so ich hol mal eben meinen Eimer wieder und hol mir Wasser weil dann hätt ich jetzt nen Eimer Wasserrad gehabt wär das ganze nämlich nicht passiert ne hol ich mir doch nicht weil da müsste ich ja hoch wer findet Eti cheater zu viel der schreibt Hashtag Eti cheater zu viel hä? ne Eti cheater ne Eti cheater nicht heilige Makrel ich wär grad fast runter nico komm mal her ich bin hier guck mal ich wär hier fast runter gefallen cool so warte ich muss ja eben noch ein anderes Lied anmachen so warte wie lange machen wir jetzt schon den Porno? äh 10 Minuten das ist aber ein recht kurzer Porno geht länger Entschuldigung Entschuldigung ich hab heute morgen brauchen wir uns geguckt nein die hab ich gestern abend geguckt ich würde dich gern töten nico ich pass auf ich hab da eben entsperrt wenn's sein muss was? ich kann mir ach ich hab Koppe aber das braucht nico ja nicht das gibt's ja noch schön bis hier unten oder? ach nico und ich clear dich zum Schluss wieso? damit du beweisen kannst das wirklich alles im ME System hast damit ich nachgucken kann ob ich dir trauen kann da muss ich nachher noch ins ME System laufen ja wenn wir zu Hause sind so nico nico komm mal her mir fällt noch Koppe runter ich komm nicht da hin wo ich hin will ja dann sammle halt nicht das Koppe ein dann verrotzt das halt da runter ich sammle doch schon oh das war wieder knapp hey da unten meine ich jetzt ich weiß ich geh grad runter alter wie viel Spaß wir sind scheiße gell ich weiß ich hab noch mehr Uranium gefunden und n Dungeon wir haben hier hinten n Dungeon glaub ich ah ne du hast dich hier nur rüber gebaut hier gibt's gar Urin Iridium oder Uri Urin Iridium gibt's hier auch natürlich Urin Iridium gibt's hier natürlich Urin das wach was für Piss lässt er das gute Eisen hier hinten liegen vollidiot und das gute Uranium ich will doch ein Atombunker bauen ein Atombunker wo ein Atomkraftwerk drin ist voll logisch mit New Yorks wo wenn man reingeht direkt in Luft gesprengt wird und tot ist aber es weiß nico ja nicht oder nico soll ich jetzt hier auch mal runterspringen nico 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 das was ich hier mache ist völlig legal was nix deine mutter ficken gleich klickt er mich bestimmt nein ist schon zu mir gekommen nein ich lauf noch bei gewisser dummkopf mich gekillt hat ich werde immer zu mir zu mir zu bett ich wollte dich eigentlich zu mir spielen aber ein gott wie dumm du bist du ich wäre fast runtergesprungen ich sehe dich nicht erstes ich mich wirklich nicht ja nein ich hab dich ganz ernsthaft nicht gesehen und nico bei der borkittel bei mir ich hab alles eingesammelt aber du wegen versuchten mordes bekommst du jetzt nix wieder versuchten mordes es war kein versuchte mord Junge doch da hast du nicht an deinem block rumspiel komm du das war versuchter mord nein das war keine absicht ja das war mord du spacken bist du gestorben ja na klar Tja wie viele herzen hattest du denn wo bist du ich seh dich mal ich hab noch kein schaden bekommen wenn wir unterspringen siehst du guck mal es hat mir ja selbst ich überlebt hör auf hör auf hör auf nico weißt du was es jetzt gibt du bist kacke Junge nico ich soll es jetzt eigentlich drei folge knasch gehen gell hä warum er hat sich jetzt mehrmals getötet genau was ist kickt er mich und schreibt end of stream rein natürlich ich komm nicht mehr auf den server Communication Error Communication Error End of Stream Wisst ihr, wie ich das jetzt mache? Bist du scheiße? Ah, ich habe 17.000 FPS, genau Ich habe eben selber neu gestartet Oh mein Gott, mit 80 kann man nicht verhandeln Nico, ich wollte dir die Sachen wiedergeben Ich gebe dir die jetzt auch wieder Ja, gib es mir Nico Du hast jetzt zweideutig gedacht, gell? Nein Zum Glück Ich habe wieder eine Menge Gummi gekrascht Unser Server klappt mal wieder nicht mehr Hast du auch Gummi bei dir? Ich habe mal so ein Gummiband gehabt, das ist jetzt voll porös Jetzt habe ich mir keine Dinger zerrissen Loom Bands Ja, unser Server ist gecrasht Ja, MC Host Toll gemacht, bravo Ach, ich komme wieder drauf Wir waren auch gerade gedildert Mal wieder Schon wieder, wir sind wieder der dreckige Huhn Ich, also ich komme nicht drauf Bin drauf Ich komme nicht drauf Und weh, du schlägst mich jetzt Ich sag die So Nico, komm her Alle, bevor der Jump'n Rand Profi Genau, als ich das sagst Sturz hier ab Bin fast in Dauer geflogen So, nicht schlagen Verstanden? Ich schlag gerade aus Aber weißt du, was ich jetzt mal eben machen sollte? Difficulty aus, oder? Fledermaus Hier Wenn du nicht einsammelst, bist du selbst schuld Du schlagst richtig? Klar Und richtig viele Erze Äh, ich hab das alles in meinen Rucksäcken Das guck ich dann zu Hause nach, okay? So Ich will jetzt meine Kohle und meine ganzen Fackeln Ach, Fackeln, Fackeln mir Dann hatte ich noch zwei Sticks Holz im Inventar Bei mir stehen hier nur 18 Augsburg Dann hatte ich noch Dann waren es halt 18 Dann habe ich noch Äpfel Ach ja, die anderen sind meine Küste Wo ist meine Äpfel? Ich will meine Äpfel Ich hab Ich brauche aber auch eben einen Genau Ja, ernsthaft Guck mal Nico Gib mir meine Äpfel Hier Bedroh dich Ich bespritze dich damit Bin der Apfelboy Äh, ich hab noch richtig viel Koppel Jetzt kann ich mich noch einmal hochbauen Ja, warte Ich porte dich gleich Okay Dann baue ich mir jetzt hier ein Haus Hä? Ich wollte dich doch gleich porten So Guck Das ist meine Höhle Ich mach gleich ein Portal mit der Portle dann Sicher vom Monster Ja, dann nicht Dann tschüss Wenn du nicht willst Dann soll ich ein Portal Ey, du hast mir mal eine kaputte Spitzhage gegeben Ich will meine ganze Hä? Das ist die einzigste, die ich hab Echt, lol Ich such dich wieder kaputt Ich will meine Höhle hoch So, Nico Ich tippe dich jetzt, okay? Okay P, Sky, K.O., E.T.M.C., Welle Moment, das geht anscheinend noch nicht Bist du hier? Nein Du willst nicht tippeet? Nein Oh Mann, dann geht das mit der Welle Welle noch nicht Bist du jetzt tippeet worden? Nein Bist du jetzt tippeet worden? Ja Gut Bau mal hier das Marble bitte ein bisschen ab Ich wollte ja auch was Marble bauen Ich will zuerst mal in meine Höhle Nico Dann geh mal nicht nach Hause Dann Ich muss aber Eisen holen Weil ich kann eigentlich nichts abbauen Hä? Wie viel? Ja, warte Ach, du hast das noch in deiner Höhle, oder wie? Ja, alles Okay, ich baue mich dann schon mal hoch Und dann kannst du ja gleich nachkommen Ich laufe halt auch in die Höhle rein Hauptsache ich fall hier runter Jo Fall hier runter Was machst du, wenn ich jetzt hier Uranium Solche Ich Uranium hole ich ja direkt Das ist doch klar Trotz, dass ich eigentlich kein Atomkraftwerk bauen will Das wollte Nico nämlich machen Echt? Ja Ich wollte ein Geothermalkraftwerk bauen Und ein Atomkraftwerk hast du gesagt Nein, du wolltest auch ein anderer bauen Nico, mein PC fährt runter Cool Ich dachte, fährt das schon Sex runter Ach, das ist eine Aufnahme Ach, schade Ach, und Nico Die Aufnahme stoppt ja dann direkt Und die speichert trotzdem Tut sie nicht Doch Nein, tut sie nicht Doch Ich befehle es dein Aufnahmeprogramm Schade, dass du mich nicht hinterher gelaufen bist Du hast eine Lava verreckt So Warte mal Nico Du siehst schon noch, was du davon hast Von was? Weil ich hab dir nämlich nicht gesagt, wenn du hier reinläufst, dass ein direkter Lava kommt Soll ich mal was sagen dazu? Was? Warte Du bist so scheiße Alter, warum bist du gestorben? Ich hab genau über was Du bist so scheiße Nico, ich war genau über Wasser Ich stand über Wasser Nico? Er hat aufgelegt Hab ich nicht Nico? Was? Nico? Was? Nico, sag doch was Das war ein Witz, jetzt sag doch wieder was ich höre dich jetzt nicht Kannst du mich hören? Ja, kannst du mich hören? Ja, jetzt Sieg es vorher nicht So, aber Nico, das war ein Witz Soll ich es gleich mal tippen? Ja Ich hoffe, ich hab alles von dir Aber Ernsthaft, ich stand hier ganz genau über Wasser Ich stand, warte Genau Direkt auf den Rand geknallt Nico, ich stand ganz genau hier Guck mal Hier stand ich Lolo, was mein Zeug Warte, ich hab's doch Ich hab's eingesammelt Aber ich weiß nicht, ob das alles ist Das ist alles, was ich eingesammelt hab jetzt Der Rest Warte Das, deine Äpfel Sticks Schwert Ja, mehr hab ich eigentlich auch nicht Ich hatte noch Holz und Kobbel Ja, Holz bekommst du gleich wieder Kobbel So, dann komm mal mit Äh, könntest Warte, ich fliege aber wenigstens noch eben hier hoch Ich war ja eh hier oben Dann willst du jetzt wieder mal eine Höhle laufen Ohne von einem gewissen Ding jetzt höhle zu werden Nico, ich fliege jetzt zu Hause Aber das war nicht absichtlich Wermes 20 Minuten Ja Also Wir machen noch länger Oh man Wir laufen noch wenigstens nach Hause Ja, dann muss ich noch meine Items holen Hä, warum ich Das war alles, was ich dir eingesammelt hab Ich hab ne Küche davor mit Scheiße Achso, dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Und ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal